Der Mann ist doch heut die ernste Sau auf der ganzen Welt. Ja, nein, 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 nicht klatschen, nicht klatschen, liebe Männer, ich war noch nicht fertig mit euch. Nein, weil der Mann nimmer genau weiß, wo er positioniert ist. Und ein Mann braucht immer klare Anweisungen, sonst kennt er sich nimmer aus. Da in diesem ganzen Emanzipationsgedöns, der weiß da nimmer, was er machen soll, hilft er seiner Frau, nicht aus dem Mantel, heißt es, er ist ein Prolet. Hilft ihr allen Frauen aus dem Mantel, dann heißt es, er ist ein Weiberer. Fährst ein Porsche, bist ein Angeber. Fährst ein Opel, bist ein Versager. Obwohl, fährst du mit deinem Opel in einem Porsche, dann gingen sie auch wieder. Dann hast du acht Kinder von acht verschiedenen Frauen, dann hast du bist ein treuloses Aschloch. Bist du aber treu und hast du mit deiner Tochter acht Kinder, regen sich auch wieder alle auf. Ja, so oder so. Als Mann kannst du heutzutage nur verlieren. Darum sind die Männer auch so fertig. Männer sind halt die Großteil der Männer, sind fertig. Haben alle einen Burnout. Burnout. Früher haben sie ein Handicap beim Goldbart, heute haben sie einen Burnout. Ja, ich denke mir immer, wenn ich es anschaue, die ganzen Geschäftsleute in der Früh im Flugzeug, ich hoffe, sie nach Köln muss, denke ich mir, mei, da fällt mir immer der Witz ein von diesen zwei Kuhherden, die nach einem langen Sommer an der Kreuzhose irgendwo treffen, an der Straßenkreuz, da sagt die eine Kuhherde zu anderen, sagt sie, mei, wie war's denn bei euch? Also wir haben einen super Sommer gehabt, Mädels, mei, einen jungen Stier, der war agil und fidel, es war herrlich, wie war's denn bei euch? Oh mei, wir haben einen Ochsen gehabt, der hat den ganzen Tag von seiner Operation verzeiht. So ist es auch mit den Männern, es gibt zu viele kastrierte Ochsen. Das ist, ja, jetzt lachen wieder die Frauen, jetzt im Moment, nein, jetzt lachen wieder die Damen. Meine Damen, wer ist denn schuld? Wir wollten sie doch haben, diese weichgespülte Männergeneration, diese Pseudo-Frauenversteher, die zum Schwangerschaftshechelkurs mitlaufen und meinen, es ist cool, wenn sie solidarisch auch ein bisschen mitpressen. Nein, es ist nicht cool, es ist auch nicht cool, wenn Männer ein Elternjahr nehmen und im Schürzsalam herstehen und Preili kochen und die Kellertreppe feucht wischen. Es muss auch ein Mann nicht überall dabei sein. Heute müssen sie überall mit, am Samstagvormittag stehen, wenn sie im Supermarkt um einen völlig orientierungslos gaffern, nur die anderen Weiber und finden eine Butter nicht mehr, wenn er sie von hinten in den Arsch beißt. So ist es doch. Was macht bitte, was macht ein Mann im Kreißsaal? Ich bitte Sie, mir wäre jetzt ehrlich gesagt so was von, verzeihen Sie den Ausdruck, scheiße peinlich, wenn mein Gattin bei der Geburt vom zukünftigen Ableger dabei wäre und vielleicht noch mit der Videokamera ins gelobte Land reinfällt. Das war doch früher auch so, das war doch in Ordnung, dass die Männer während der Geburt in der Wirtschaft gehabt sind und zwar da durchgesucht waren. Was ist denn daran falsch, die Frau presst das Kind raus, der Mann geht zum Saufen. Das war doch immer so. Und nach zwei Tagen kommt er geschniggelt und geschneitzt, mit Geschenken beladen, wieder ins Krankenhaus druckt. Das war doch ein super Deal. Die Frau arbeitet, aber sie kriegt was dafür. Aber heute, wie man das auf den Seier geht, ist es, ich habe die Nabelschnur durchgeschnitten, nachdem wir einen Kaiserschnitt hatten. Wir hatten einen Kaiserschnitt. Das hat eigentlich ein sehr intelligenter junger Mann einmal zu mir gesagt. Wir hatten einen Kaiserschnitt. Was kommt als nächstes? Wir werden in drei Jahren abstillen. Da war ich gern dabei. Wenn das der neue Mann sein soll, dann brauche ich ihn. Dann will ich wieder den alten Mann, der den Haus ist bei der Höhle und aufpasst, dass keine wilden Tiere reinkommen sind, der der ab und zu einem blurigen Franz und Fleischwamm zart hat, der der aufpasst, dass das Feier nicht ausgeht und nicht einen, der bei Milch abpumpen hilft und still die Haas mit dir aussucht. Bäh, 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 bäh. Ich weiß nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.